Hallo, ich bin Pauli Klaus, Platzwerbe UH und ich erzähle euch jetzt einen Witz. Da ist eine Klasse und die ist neu und die Lehre ist auch neu und sie sagt sich so, ich bin Frau Meier und ich stelle mich vor und jetzt ruhe ich euch auf und dann stellt ihr mir vor und ich sage mal eure Eltern was hier arbeiten. Naja, Hein, mein Papa, ich bin Hein und mein Papa ist Maler. Ah gut, Erika, ich heiße Erika und meine Mama ist Hausfrau. Gut, und du? Ich bin Kohort und mein Papa ist Bauarbeiter. Wunderbar. Ganz hinten sitzt Otto, bin Kopf nach unten, mag gar nicht hoch gucken und die Lehrer sieht das mit Otto und du? Otto sagt nix. Na, sag mal, was soll der Papa denn? Ja, mein Papa tanzt an der Stange. Was? Ja, Tebu denkt, was macht der? Das glaub ich dir nicht, wirst du noch so nachhalten. Naja, die Stunde ist zu Ende, die Kinder gehen raus aus der Otto. Sag ich Lehren, sag mal ehrlich jetzt, das wird nicht verhaftet, dein Papa, der war jetzt da in so einem Lokal an der Stange. Nein, ich hab mich so geschämt, ich wollte nicht sagen, was er macht. Was macht er denn? Ja, als Profi bei HSV.